Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Das Online mittlerweile komplett zurück ist, also auch mit allen Google-Diensten und so weiter, habt ihr glaube ich alle über die letzten Monate mitbekommen und jetzt launchen sie mit dem Magic 5 Pro ihr neues Flaggschiff-Smartphone und sie versprechen nicht weniger als gerade in Sachen Display und Kamera die neue Nummer 1 zu sein. Ich bin da ehrlich gesagt etwas skeptisch, muss aber auch sagen, das Specsheet liest sich wirklich gut. Neben Display und Kamera sind vor allem das hochwertige Design, aber auch der 5100 mAh starke Akku oder der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, so meine persönlichen Highlights. Dementsprechend teuer ist das Gerät, aber natürlich auch wieder, wir sprechen hier über eine UVP von 1200 Euro, aber im Vergleich zu Xiaomi, Samsung und Co. ist das zumindest etwas günstiger. Ich bin gespannt, heute wollen wir das gute Stück erstmal zusammen auspacken und natürlich schauen, wie meine ersten Eindrücke ausfallen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Ich habe heute echt nicht schlecht gestaunt, als dieser kleine Koffer bei mir angekommen ist. Darin befanden sich allerlei Dinge, die man so für ein Picknick brauchen könnte. Also zum Beispiel eine Decke, Untersetzer, aber auch eine Trinkflasche und ja sogar ein Case fürs Smartphone, wasserdicht. Ich habe aber natürlich mit dem Honor Magic 5 Pro gerechnet, das war hier aber eben auch drin. Aber ja, Honor hat sich da, ich weiß nicht, ob es ein Spaß ist, aber sie haben sich auf jeden Fall Gedanken gemacht und wollten hier die Outdoor-Fähigkeiten dieses Smartphones nochmal hervorstellen. Keine Ahnung, ja, es ist natürlich IP68 zertifiziert, aber alles weitere werden wir uns jetzt anschauen. Die Verpackung an sich, die Retail-Verpackung, also zumindest gehe ich davon aus, dass sie das ist, sieht dann allerdings genauso aus, wie wir das von Huawei und von Honor auch in der Vergangenheit schon gesehen haben. Das ist die Verpackung, die ihr auch bekommt, wenn ihr euch das Smartphone kauft. Also zumindest gehe ich davon aus, dieses Ganze drumherum sollte vermutlich nur für die Presse sein. Ja, machen wir das Ganze auf, ist hier noch versiegelt. UVP sind 1200 Euro, was natürlich echt brutal viel ist für ein Honor-Smartphone, aber wie gesagt, immer noch etwas günstiger ist die Konkurrenz. Das Gerät soll circa ab Mitte April verfügbar sein. Gibt jetzt auch noch keine Infos zu einer Vorbestelleraktion, zumindest habe ich nichts gefunden, aber ich gehe stark davon aus, dass es eine geben wird. Zumindest bei Honor direkt, weil da gibt es eigentlich immer was. So, jetzt machen wir mit dem Unboxing, oder starten wir endlich mal richtig mit dem Unboxing. Dann sehen wir hier oben auf das Smartphone an sich und ich freue mich sehr, dass ich diese meiner Meinung nach deutlich schickere Farbe bekommen habe. Schauen wir uns gleich noch genauer an. Jetzt werfen wir erstmal einen Blick auf den restlichen Lieferumfang. Da haben wir so einen Tray, da ist das SimiJack-Tool drin. Und hier drin, ja, ist tatsächlich ein Case mit dabei. Macht ja heutzutage auch kaum mehr jemand, also vor allem Samsung oder gar Apple natürlich nicht. Aber bei Honor bekommt ihr für diesen Premium-Preis auch noch ein Case mit dazu. Das ist jetzt nicht unbedingt Premium, ist ein ganz normales Standard-Billig-Case, aber immerhin habt ihr eins mit dabei. Außerdem dann das USB-C-Kabel, das ist USB-C auf USB-A. 66 Watt Fast Charging werden unterstützt und 50 Watt Wireless Charging. Das passende Netzteil wird dafür auch mitgeliefert. Ist jetzt natürlich nicht mehr das Schnellste so, also Xiaomi oder auch Motorola und noch einige andere bieten natürlich mittlerweile deutlich mehr an. Aber 66 Watt immer noch besser als 18 Watt oder 25 oder 45 Watt. Damit sollte der Akku so, ich würde mal tippen, in etwas unter einer Stunde, vielleicht sogar 40, 50 Minuten vollgeladen sein. Aber das werde ich auf jeden Fall überprüfen. Das war es vom Lieferumfang. Cool, dass hier ein Case mit dabei ist. Cool auf jeden Fall, dass wir ein Netzteil mitgeliefert bekommen. Dazu auch noch ein Fast Charging Netzteil. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Smartphone an sich genauer an. Das Smartphone ist hier natürlich noch komplett in Folie eingepackt. Aus der wollen wir es jetzt befreien. Ja, das waren ganz schöne, ordentliche Unboxing-Geräusche. Und hier auf der Rückseite haben wir dann noch diesen Not-for-Sale-Sticker. Und ich bin doch jetzt schon mal... Ah, okay, okay, okay. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir starten jetzt erstmal mit der Vorderseite. Hier die gute Nachricht für euch. Es ist eine Display-Schutzfolie vor Insillid. Und das auch ganz ordentlich. Ich meine, ist wieder Geld, was man sich im Endeffekt spart. Weil das von den anderen, zumindest von den etablierten Herstellern, die nicht aus China kommen, kaum mehr einer so macht. Ja, das Smartphone an sich ist alles andere als klein, leicht oder handlich. Es misst 163 x 77 mm, ist 8,7 mm dick oder dünn, wiegt 219 Gramm. Und ich gebe euch hier jetzt einfach mal den Größenvergleich mit dem Samsung Galaxy S23 Ultra. Was auf dem Papier nochmal größer und vor allem auch schwerer ist, merkt man jetzt aber gar nicht so. Also ihr seht hier vor allem diese Kamerabanken. Was ich sagen muss, was positiv ist, ja ein bisschen kleiner ist es schon, würde ich jetzt mal sagen. Also was auf jeden Fall positiv auffällt im Vergleich zum Vorgänger, dem Magic 4 Pro, wirkt das hier alles deutlich besser ausbalanciert. Damals hatten wir, glaube ich, auch keine matte Rückseite. Es ist nicht so kameralastig wie der Vorgänger. Das Display ist ja angeblich zu allen Seiten hin leicht abgerundet. Beziehungsweise das Glas, das Display sollte nur links und rechts abgerundet sein. Dieses Design kennen wir zum Beispiel von Huawei auch schon deutlich länger. Der Übergang zum Rahmen trotz dieser Folie fühlt sich angenehm an. Jetzt nicht auf S23 Ultra Niveau, aber gefällt mir jetzt besser als zum Beispiel beim Xiaomi 13 Pro. Wir haben hier dann ein 6,81 Zoll großes AMOLED Display. Das löst mit 2848 x 1312 auf, also wirklich gestochen scharf. LTPO, also unterstützt eine maximale Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz. Und es soll bis zu 1900 candela hell werden. Laut DxOMark aktuell das beste Display auf dem Markt. Das hat jetzt nicht so viel zu bedeuten, wissen wir ja mittlerweile alle. Bei DxOMark sind erstaunlicherweise oft die gleichen Hersteller vorne. Dann oft auch diejenigen, die ihnen Geräte vorab schicken und sie finanziell unterstützen. Das ist nur so eine Prognose von mir, ich vermute da nur. Aber wie gesagt, das fällt halt auf. Nichtsdestotrotz sagt das schon was. Wenn diese Werte stimmen, wäre es tatsächlich eines der besten Displays auf dem Markt. Also rein so von den Specs her. Alles andere müssen jetzt mal die Kollegen auch messen. Ich empfehle ja immer ganz gerne Notebook Check oder Computer Base oder auch GSM Arena. Die machen das oder die können das sehr, sehr ausführlich machen mit richtigen Geräten. Und dann schauen wir mal, was die da rausfinden. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage von Honor. Was wir hier auch haben, ist so ein Doppel-Punch-Hole. Sehen wir auch nicht zum ersten Mal. Gerade nicht, wenn ihr noch die Huawei-Smartphones in Erinnerung habt. Wieso zwei Kameras? Das ist ja nicht irgendwie so ein Marketing-Gag. Sondern wir haben hier tatsächlich eine 3D-Gesichtserkennung. Da freue ich mich extrem drauf. Neben der 12-Megapixel-Frontkamera. Und dafür kann ich dann auch gut mit diesem großen Punch-Hole hier leben. Ich hätte es besser gefunden, sage ich euch ganz ehrlich, wenn das in der Mitte wäre. Aber sowas ist ja am Ende auch immer Geschmackssache. Ja, soviel also zur Vorderseite. Schauen wir uns den Rahmen etwas genauer an. Der besteht aus Aluminium in Hochglanz-Optik. Zumindest hier bei der grünen Farbe. Ist links komplett blank gehalten. Fühlt sich auf jeden Fall sehr angenehm und hochwertig an. Auf der Unterseite dann der Einschub für die Nano-SIM. Der 512 GB große interne Speicher kann nicht erweitert werden. Aber immerhin bekommt ihr hier 512 GB. Das ist doppelt bis viermal so viel wie bei den Konkurrenten. Muss man für den Preis auch mit einbeziehen. Dann der USB-C 3.1-Port. Schauen wir mich, gut aufpassen. Lautsprecher. Der zweite wurde natürlich wieder oben. Also was heißt wieder? Er wurde hier oben integriert. Also nicht in die Hörmuschel, wie es bei den meisten anderen der Fall ist. Rechts dann Power-Button und laute Leisewippe. Wirkt alles gut platziert. Und auf der Oberseite dann, wie gesagt, der zweite Lautsprecher-Ausgang. Ein weiteres Mikrofon. Und das scheint sogar ein Infrarot-Port zu sein. Da dürften sich auch viele drüber freuen. Das Gerät ist außerdem IP68-zertifiziert. Hab ich ja vorher schon erwähnt. Einen In-Display-Fingerabdrucksensor haben wir ebenfalls. Dürfte wieder ein optischer sein, soweit ich weiß. Ich konnte mir das Gerät ja leider in Barcelona vor Ort nicht anschauen. Aber das werde ich dann natürlich auch in den nächsten Tagen testen. So, und damit sind wir jetzt auf der Rückseite angelangt. Ich dachte eigentlich, das wäre Glas. Teilweise liest man aber bei manchen Kollegen von Kunststoff. Wie gesagt, ich war jetzt in Barcelona leider nicht vor Ort. Konnte das deshalb nicht nachfragen. Das werde ich aber noch nachholen. Für mich, ja, schwer. Aber so vom viel, also wenn das Kunststoff ist, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Ich würde auf mattes Glas tippen. Es ist ganz, ganz ähnlich wie beim OnePlus 11 zum Beispiel. Das ist so eine ganz, ganz leicht angeraute Oberfläche. Auf jeden Fall Fingerabdrücke seht ihr hier überhaupt nicht. Es schimmert auch so ganz, ganz leicht. Driftet fast so ein bisschen ins Glitzernde ab. Allerdings nur unter wirklich extrem hellem Studiolicht, würde ich jetzt mal sagen. Gefällt mir optisch richtig gut. Auch das Kameradesign, das ist mal was anderes. Und die Farbe finde ich top. Also, ja, da hat Honor meiner Meinung nach einen Volltreffer gelandet. Ist ja immer Geschmackssache sowas, aber mir gefällt das auf jeden Fall richtig gut. So, damit kommen wir jetzt endlich zur Kamera. Weil das ist ja die nächste Ansage. 50 Megapixel Hauptkamera, 50 Megapixel Weitwinkelkamera, 50 Megapixel Telesumlinse. Die ermöglicht einen 3,5-fachen optischen Zoom. Ich bin mal extrem auf die letztendliche Bildqualität gespannt. Wie gesagt, DxOMark sagt, beste Kamera auf dem Markt. Würde mich schon sehr wundern, wenn sie das hier wirklich ist. Aber, ja, ich werde es vergleichen. Vor allem auch in Sachen Zoom, glaube ich, werden andere schon besser sein. Aber die Sensoren, das sieht schon alles sehr vielversprechend aus. Erinnert natürlich auch alles wieder stark an Huawei. Aber man darf ja nicht vergessen, noch vor knapp zwei Jahren war das ja das gleiche Unternehmen. So Smartphone Roadmaps, die werden oft schon für drei, dreieinhalb Jahre im Voraus geplant. Insofern ist das alles noch komplett normal. Ich freue mich auf jeden Fall über die Kamera oder auf die Kamera. Bin ich sehr gespannt, was die am Ende kann. Ansonsten haben wir einen 5100 Milliarden per Stunde starken Akku. Wie gesagt, 66 Watt Fast Charging, 50 Watt Wireless Charging. Und jetzt schalte ich das gute Stück ein. Wenn es hochfährt, gebe ich euch die restlichen technischen Daten durch. Plattform ist Android 13, natürlich mit Honor's Magic UI. Und sie versprechen hier drei große Android-Versions-Updates und fünf Jahre Sicherheits-Updates. Das klingt gut. Die müssen jetzt natürlich aber auch erstmal zuverlässig und schnell und häufig kommen. Als Prozessor, ich habe es ja im Intro schon gesagt, der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Besser geht es aktuell nicht, wenn ihr mal nicht unbedingt einen Apple-Prozessor wollt. Und den bekommen die hier ja eh nicht. Und dazu gibt es ordentliche 12 GB RAM. Ja, mein erster Eindruck. Ich finde das Gerät durchaus vielversprechend. Ich finde es auch schön, wobei ich gerade schon wieder sehe, also hier das Kinn ist wieder etwas größer als die Stirn, wobei die Stirn hier sehr, sehr schmal ist. Klar, der Preis ist natürlich zu hoch, aber dafür bekommt man hier immerhin auch 512 GB Speicher, eine 3D-Gesichtserkennung und ein Netzteil im Lieferumfang und dieses Case. Ich bin wirklich extrem auf die Kamera und dann auch auf die Akkulaufzeit, auf die Performance, auf das Display gespannt, ob das alles stimmt, was Honor hier so behauptet, weil dann könnte es tatsächlich so ein ernstzunehmender Konkurrent im Vergleich zu einem Samsung Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Pro und wie sie nicht alle heißen werden. Ja, lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, was ihr zu dem Smartphone hier sagt, was euch fürs Review interessieren würde. Glaubt ihr wirklich, dass das alles stimmt, was Honor hier behauptet, also dass das Smartphone hier wirklich so gut ist? Was sagt ihr zu der Preisgestaltung? Kann es für den Preis überhaupt eine Alternative sein zu den genannten Geräten? Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.